Das ist Teresa. Sie ist heimlich verliebt in Hannes, einen Bauern aus der Nachbarschaft. Doch Teresa ist auch sehr schüchtern. In Hannes' Welt dreht sich alles um Äpfel. Eigentlich steht einer Liebesgeschichte nichts im Wege. Wäre da nicht Teresas Schüchternheit, die die ganze Sache ein bisschen, naja, sagen wir mal, schwierig macht. Doch manchmal, wenn wir gar nicht mehr daran glauben, macht uns das Leben ein Geschenk. Und wenn wir es annehmen, kann sich alles zum Guten wenden. Selbst für Teresa und Hannes. Tja, das Gute liegt eben häufig ganz nah. Rewe. Dein Markt.